Da haben wir, da kommt es so einen Freund hier. Ein Mann ist so ein garer Grund! Ich hab das Gefühl, dass das Spiel zu sagen ... ... dass das Spiel zu sehen ist. Ja, das ist mein Auto! Ja, das ist bei mir gespeichert. Ich bin Daniel, der Frischgerag, ein jungen Meister, der gleich ein Auto geschossen hat, die Maxa. Ann-Sie-Bernack, die Maxa. Der hat keinen Film mit drin, der tut leider auch so. Der hat keinen Film mit drin, der tut leider auch so. Der hat keinen Film mit drin, der hat keinen Film mit drin, der hat keinen Film mit drin. Das ist ein Schwanes. Das ist ein Schwanes. Das ist ein Schwanes. Das war der Schwanes. Das ist ein Schwanes. Wenn der Schwanes war, ich war in der Profahrt, der sich gerade herausgefahren hat, aus der Lande flasiert, wann wurde es geschluckt? Aber ich habe gerade mal gesehen, dass es so einen Effekt gab. Ja, ich habe versucht, aber bei dem Stadt und dem Winter waren wir schon klar. Also das wahrscheinlich nicht. Ich würde mich noch viel einholen lassen. Ich wusste, ich kam in Europa, die haben uns super harmoniert. Die zwei Jungs vom Junior an, die sind ein Saustausch, also auch die Arbeiten, gut abgefahren. Ich wollte da nicht spritten, aber ich wollte das auch nicht auf der Hand gefüllt, aber ich bin super zufrieden, ich wollte da ein bisschen so auf der Masse. Ja. Ja, der Freund ist auf jeden Fall. Ich glaube, der Martin, der Michael, der Felsgeber, ich glaube, der hat gerade gesehen, doch nicht, aber ein super Rennen auf jeden Fall. Du warst ja, glaube ich, alleine auf der Ausdauer keine Mannschaft gehabt, oder? Nein, ich war alleine, der Daniel ist, wie gesagt, sie haben keine Niederung, sie kommt jetzt zur Siegerung. und vielleicht, ich wollte ein bisschen probieren nachher, aber die Mannschaft ist ein Eter. Die neue Jungsmannschaft ist im Plan, also es steht schon alles mit uns, und die beiden ist ja auch nicht voll ausgemacht. Rande, das heißt also, außer dir, außer Manno und dir, halten wir schon an einem Leben? Wir können zwar einen Namen nennen, das ist der Kastner-Mittig, aus Salzburg, und so wie es ausschaut, Bernd, Johannes. Es sind uns vorher ein Gespräch, und uns vor der anderen, also es wird sich eine Lässige und eine gute Mannschaft, wo wir auch noch mal ein Vierter geworden sind. Ja, Kastner-Mittig kennen wir, Bernd, Hannes sowieso, ein ganz starker Fahrer aus Bayern, aus Deutschland, von Ibn Melis, meines kommt er ja, gerade mit sich ein tolles Team. Hanni, die nächsten Einsätze noch, wo startest du vorher noch? Bei Österreich hast du ja Ihres Domestik für die Rundani gemacht. Ich werde jetzt noch die erste Amateur-Mestenschaft fahren, und dann vielleicht ein Stück weit, wo er dann noch mehr in der Regierung im Herbst genießt. Ja, das freut mich ganz besonders. Andi, gratulier dir zu deinem Viertermeistertitel, und zu einem tollen Platz hier. Herzliche Gratulation, der hat so ein tolles Ende. So, super. Also Absperrung, und da, weil es heuer hat super funktioniert. Ja, das freut mich ganz besonders, als aus dem Mund von Andi Traxl natürlich die Absperrung hervorragend funktioniert. Das ist ganz wichtig, für die Sicherheitserfahrer. Danke, Andi Traxl, ein sympathischer Rollstuhl. Wir sind jetzt schon lange gefahren, ja, hier wo ich den Niemann sonst einen erfolgen kann. Wir werden nächstes Jahr schon weiterschauen. Jetzt dann am Aachensee wieder beginnt mit dem Aachensee- Abparadol im Mai 2015. Da werden wir schon das neue Ding von Andi Traxl sehen dann. Da wird dann Andi Traxl mit Bernburg mit Casting und so weiter wieder voll angreifen. Und jetzt mal passiert. Danke an die Leute. Machen Sie Ouori und Claude und Ma architecture , die Sitzel mit der Sitzel und den Rumpeln die Sitzel die Sitzel und die Sitzel und die Sitzel und die Sitzel die Sitzel für die Sitzel und die Sitzel Applaus Applaus Applaus